Das ist das mysteriöse Objekt. Nun steht fest, es handelt sich um eine gefrorene Flüssigkeit aus der Lebensmittelindustrie. Urheberrecht Polizei des Geheimnis um ein bislang unbekanntes Hindernis auf einer Straße in Sachsen ist nahezu gelöst. Der gefrorene Klotz hatte am Freitagabend einen Unfall verursacht. Die Polizei hat nun bekannt gegeben, um was es sich bei dem mysteriösen Objekt handelt. Update 10. Oktober 2017 Das Rätsel um den mysteriösen Klotz im sächsischen Längenbostel ist gelöst, wie kreiszeitung.de berichtet. Bei dem Gegenstand handele es sich laut einer Pressemitteilung der Beamten aus Rothenburg um eine gefrorene Flüssigkeit aus der Lebensmittelindustrie. Eine Autofahrerin war mit ihrem Wagen gegen das bräunliche Objekt gepreilt, das zu diesem Zeitpunkt als kalt bzw. gefroren beschrieben wurde. Durch den Zusammenprall wurde das Auto der Frau erheblich beschädigt. Die Erstmeldung damit hätte wohl niemand gerechnet. Eine 56-jährige Frau war Freitagabend auf der L130 Richtung Saunsieg unterwegs, als es geschah. Sie fuhr mit ihrem Auto gegen einen Gegenstand, der auf der Straße lag. Das berichtet auch die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Wie das Objekt auf die Straße gelangte, ist noch vollkommen unklar. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto aber erheblich beschädigt. Des Weiteren konnte bisher niemand ausmachen, um was es sich bei dem Gegenstand handelt, berichtet die Kreiszeitung. Das Objekt ist demnach ca. 40 x 60 x 20 cm groß und ziemlich schwer. Es ist kalt bzw. tief gefroren und scheint aus einer bräunlichen, organischen Masse zu bestehen. Die Ermittlungen zur Art des Objekts dauern demnach an .mkreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten IPM Digitalredaktionsnetzwerkes.